Michael Stürzenberger wurde in Mannheim angegriffen. Ein 25-jähriger Islamist verlässt ihn so schwer, dass er mehr als zwei Stunden operiert werden musste. Ein Polizist, der Stürzenberger, zur Hilfe Alte, schwebt noch immer in Lebensgefahr und wurde Stand jetzt ins künstliche Koma versetzt. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Wasserstand, genau wie die Pegelstände in meiner Heimat, sich nur noch zum Positiven entwickelt. So viel zumindest jetzt zur aktuellen Lage. Doch natürlich müssen wir noch einmal über diesen Vorfall sprechen, der von Stürzenberger unabsichtlich auch noch live ins Internet übertragen wurde. Ich werde euch die Bilder hier aber jetzt nicht zeigen. Aber wer sie sehen will, der wird sie finden. Heute möchte ich mit euch aber viel mehr auf die Reaktionen blicken, die derzeit das Internet beherrschen. Denn natürlich ist so ein medial perfekt ausschlachtbares Ereignis ein Geschenk für die neue Rechte und Islamfeite in der ganzen Welt. Bevor ich das aber tue, möchte ich eine Sache klarstellen. Der Angriff auf den Pegida-Aktivisten Stürzenberger durch einen 25-jährigen Islamisten aus Afghanistan zeigt die reale Gefahr, die Extremismus mit sich bringt. In diesem Fall aber auf Glaubensebene. In Deutschland und der freien Welt darf es aber nicht passieren, dass ein Mensch einen Mordversucher leiden muss, nur weil er seine Meinung über eine Religion teilt. So ekelhaft, so dumm, so möglicherweise justiziabel Stürzenbergers Aussagen auch immer sein mögen. Und man kann sich jetzt hinstellen und sagen, ja, das war ein Einzelfall, Religion des Friedens und so weiter. Aber die Realität ist doch die. Stürzenberger und ein Polizist wurden brutal attackiert von einem Islamisten. Nur weil sich dieser von einer Mini-Kundgebung von Islamfeinden so provoziert fühlte, dass er sein Messer zog, welches er dabei hatte. Dass sowas überhaupt im Rahmen des Denkbaren für diesen jungen Mann war, zeigt die Rohheit, die Gewalt und die Gefahr, die in manchen Menschen schlummert. Und wenn sie ihren Hass mit religiösem Eifer wegerklären, dann rettet am Ende nur eine Kugel aus einer Polizeipistole manchmal Menschenleben. So traurig, so hart, so real ist das leider. Und ich wiederhole mich, diese Form des Islam, diese Menschen, die gehören einfach nicht zu Deutschland. Weil sie sind Faschisten. Genauso wie andere Menschen, über die wir ja auch immer wieder kritisch sprechen. Und das zu sagen, das gehört dazu, wenn man mit beiden Augen auf diese Welt blickt. Und wenn man leider auch ins Internet blickt. Inschallah, jeder Islamkritiker, jeder der Islamkritiker sieht. Ah, TikTok. Was da alles geht, oder? Das ist der Wahnsinn. Und ich muss es jetzt nicht nochmal sagen. Ich sag's trotzdem. Den Typ, den ihr da gerade gesehen habt, das ist so ein Trottel. Und der ist so gestört. Sorry, der würde selbst in der AfD noch auffallen. Aber damit sind wir jetzt leider mittendrin im Thema. Denn während sehr viele Islamisten diese Tat auch sehr öffentlich im Internet feiern, reagiert eine Maschinerie im Internet mit eingespielter Perfektion. Die Islamfeinde, die Rechtspopulisten und die Rechtsextremisten sind am Trommel. So posten Menschen dann schnell auch Bilder von der Tat und sprechen davon, dass die Polizei lieber gegen Deutsche vorgehe als gegen Islamisten. Wie hier in diesem Bild eben. Dort schreibt Steffinchen, die generell, wenn man ihren Account mal anschaut auf Twitter, schon sehr spürbar unter der Intelligenzschwelle auch zu treiben scheint, dass hier eben ein Polizist Stürzenberger fixieren würde, wenn der Islamist an den Polizisten angreift. Was natürlich im Kern Bullshit ist. Weil hier geht es um einen Ordner. Und wenn man sich das Bild genauer anschaut, scheint der Mann auch nicht ganz unbewaffnet zu sein. Oder er hat zumindest ein Objekt. Und es ist natürlich eine Situation, in der Millisekunden entscheiden, wo der Polizist handeln muss. Und er handelt halt. Aber im Internet ist für sehr schlaue Menschen natürlich sofort klar. Hier hat auch die Polizei versagt. Weil sie eben nicht sofort auf den Attentäter schießt. Nicht schnell genug handelt. Oder eben sogar auf Stürzenberger loszugehen scheint. Und das ist natürlich im Kern so widerlich. Weil hier ein Mensch noch immer um sein Leben kämpft. Weil er eben versucht hat, andere Leben zu erhalten. Eben der Polizist. Und da sieht man halt mal wieder, wie es ist. Menschenleben sind der Szene scheißegal. Solange man nur seine Ideologie verbreiten kann. Und so schreiben dann andere auf Twitter bereits davon, dass es nun Zeit sei, sich zu erheben und bringen auch dieses dumme Rumgesinger auf Lamurto Schuhe ins Spiel. Hubert Aiwanger, immerhin stellvertretender Ministerpräsident in Bayern, postet kurz nach dem Angriff auf Stürzenberger ein Bild von Pro-Palästina-Demos und spricht von Früchtchen, die nur von Bürgergeld und Staat leben würden. Und nutzt natürlich dabei ganz bewusst anti-islamische Grundstimmungen aus, die aktuell natürlich dann hochbrennen auf Twitter. Und die Kleinstpartei, Bündnis Deutschland, geht sogar noch weiter und versucht aus dem Attentat, Profit für die Europawahl zu schlagen. Indem man ein Bild des Angriffs sogar als Scherpick missbraucht. Und ihr wisst das, ich bemühe mich ja immer einigermaßen, die Fassung zu bewahren. Aber an dieser Stelle muss ich dann doch mal öffentlich fragen, was sind das bitte für unfassbare Arschlöcher beim Bündnis Deutschland? Okay. Aber natürlich gibt es nicht nur die Leute, die sofort auf Trends und Nachrichtenlagen springen, um sie für ihre Ideologien zu missbrauchen. Es gibt auch die Leute, die immer sofort mit dabei sind, Falschmeldungen und Fake News zu verbreiten. So sind zum Beispiel auch die vielen Menschen, die ein Bild verbreiten, welches den Attentäter im Zusammenhang mit dem IS zeigen soll. Dafür gibt es aber keine Belege und das Bild ist ein Fake. Stefan Magnet vom Schwurbel-Fake-News-Blog auf 1 beschwert sich zu dem Vor-der-Ausstrahlung der Tagesschau darüber, dass das ARD nicht berichten würde. Dann sendet die Tagesschau eine Meldung und Magnet schreibt danach Durchbruch! Die Tagesschau musste berichten! Der Druck der Alternativen und sozialen Medien war zu groß! Sensationell! Was einen mappelt. Aber merkt euch das für die Schwurbel-Bibel. Geht hin und schaut, wann traditionelle Medien aus dem terrestrischen Fernsehen nach Sendeplan arbeiten und schreit vor dem Sendetermin, dass die Medien nicht berichten würden. Und feiert euch danach dafür, dass die Medien dann doch durch euch gezwungen waren zu berichten. Ich meine, ja, das Krasse ist eigentlich nur, dass Tausende so viel Lack am Tag saufen, dass sie Magnet auch noch diesen Bullshit abkaufen. Aber es ist halt auch, wie Ali Utlu schreibt. Man könnte diese Leute wirklich für dumm halten. Auch wenn es natürlich in seiner Hetze jetzt anders gemeint war. Man könnte sich also jetzt die Frage stellen, wer ist eigentlich dümmer? Die Leute, die jetzt wieder blaue Herzen spammen oder die, die den Täter feiern? Am Ende ist es wohl die verrückte Situation, dass beide Lager eigentlich sehr nah beieinander sind. Zumindest was das generelle Denken angeht. Radikale Extremisten denken und arbeiten sehr gleich, nur ihre Motivationen und Themen unterscheiden sich. Hetze, Hass und Ideologien haben den 25-Jährigen in Mannheim zu seiner Tat getrieben. Und daraus erwachsen Hetze, Hass und neue alte Narrative. Und die Wahrheit ist, beides bedroht unsere Demokratie und unsere freiheitliche Gesellschaftsgrundordnung. Und beides können wir nicht erlauben. Dürfen wir auch nicht erlauben. Hätte Stürzenberger, der lange Jahre als Islamhasser auch vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, der sich bei der rechtsextremen Pegida oder beim islamfeindlichen Verein Pax Europa engagiert hat, sich immer wieder vor ein Mikrofon schwingen müssen und solche Reden halten? Nein. Aber er hat ein Recht dazu. Und es gehört zur Demokratie und zum Stehen für unsere Verfassung dazu, zu verstehen, dass er dieses Recht hat. Und der Angriff auf ihn und die Polizisten natürlich, zeugt von so viel Verachtung für genau diese Verfassung, für unser Grundgesetz, dass es jedem Demokraten die Haare im Nacken aufstellen muss. Ich denke, Stürzenberger steht für eine Gedankenwelt, welche nicht mehr in unsere Zeit passt. Ich denke, er sollte auch mal die Bibel lesen und nicht nur den Koran. Dann würde er sehen, dass auch in der Heiligen Schrift genauso schlimmes Zeug steht. Ich denke, Stürzenberger ist ein Hassprediger, der versucht, daraus auch noch Kapital zu schlagen. Nicht so schlimm wie Stefan Magnet, aber dennoch. Aber ich weiß auch, dass Stürzenberger dennoch nicht verdient hat, niedergestochen zu werden. Und ich bin mir sicher, dass wir unsere Augen nicht vor einem radikalen Islam verschließen dürfen. Nur weil wir Angst davor haben, dass Nazis wieder die Kontrolle in diesem Land übernehmen. Extremismus kennt viele Fratzen. Und keine davon sollte das Gesicht dieses Landes priegen. In diesem Sinne, gute Besserung an Herrn Stürzenberger. Und alles Gute den Beamten der Polizei. Natürlich vor allem dem schwer verwundeten Mann, aber auch den anderen, die sicherlich auch das alles verarbeiten müssen. Und bei aller Betroffenheit, bei all der Wut, bei all der Unsicherheit, wir alle zusammen können nur zusammen dieses Land gegen all die Verrückten verteidigen, die es kaputt machen wollen. Doch dafür dürfen wir uns nicht auseinander dividieren lassen. In unserer Geschlossenheit. Danke für eure Zeit. Ich gehe jetzt wieder nervös auf mein tropfendes Fenster aufpassen und werde wohl auch die Tage oder zumindest morgen anbieten, ein paar Sandsäcke zu füllen. Weil am Ende sind wir auch hier jetzt wieder im Hochwassergebiet alle im gleichen Boot. Auch wenn wir uns vielleicht nicht leiden können. Wenn ihr aber mich zumindest leiden könnt, lasst gerne auch ein Abo da. Vielen Dank, freut mich natürlich sehr. Und hier findet ihr übrigens noch ein Video über die Kalifat-Demos in Hamburg. Weil auch darüber muss man natürlich reden. Keine Frage. Weil diese Leute gehören nun wirklich auch nicht zu Deutschland. In dem Sinne, ja, bleibt sicher Leute. Bleibt trocken. Bleibt untot. Wir sehen uns bald wieder. Euer Wolfi.